Ich glaube, der größte Fehler ist auf jeden Fall, dass man die Haare überfärbt. Das bedeutet, dass man einfach zu viel Farbe in die Längen und Spitzen reinmacht. Manchmal ist es oft so, dass es einfach genügt, dass man einfach so einen Ansatz ein bisschen was macht, manchmal nur so am Scheitel oder nur so um die Haarlinie rum. Man muss nicht immer so die ganzen Haare einfach färben und dass man einfach überfärbt und unterpflegt. Also die Pflege ist auf jeden Fall das A&O für blondes Haar.